Hi und herzlich Willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich heiße Sarah Heinen und bin Coach für Selbstliebe und erfülltes Alleinesein. Ich helfe Dir, Dich selbst anzunehmen und Dein Sein zu genießen. Der Neuanfang-Podcast unterstützt Dich mit Gesprächen, Ideen und Übungen in Deiner Transformation, hin zu einem Leben, das mehr und mehr Deinem wahren Selbst entspricht. Wie schön, dass Du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und es geht heute um Resonanz und warum und wie Resonanz dafür zuständig ist, dass echte tiefe Verbindungen zwischen Menschen entstehen. Und dass eben Verbindungen sind, die uns nähren, die uns Kraft geben, die uns Halt geben und was es dazu braucht, damit diese Art von Verbindung entstehen kann aus einer theoretischen und natürlich auch aus einer praktischen Perspektive. Bevor wir da rein starten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade Dich also ganz herzlich dazu ein, Dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür Du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in Deinem Leben ist und Dich erfüllt. Es können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in Deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar, dass ich mir dank meiner Erkenntnisse aus dem Human Design mehr und mehr erlaube, mein Leben in meinem ganz eigenen Tempo zu gehen. Und das eben nicht nur in meinem Leben, sondern auch in meinem Business. Das ist noch so die größte Herausforderung, dass ich dort manchmal noch natürlich ungeduldig werde, dass die Dinge schneller gehen könnten. Aber es ist schon deutlich besser geworden, als das noch vor einem halben oder einem Dreivierteljahr der Fall war. Und es gibt eben einen Faktor im Human Design, der in meinem Chart vorhanden ist, der eben aussagt, dass Dein eigenes Leben Dein eigenes Tempo hat. Das gilt natürlich für alle. Nur Menschen mit diesem Faktor, der in meinem Chart gegeben ist, denen ist es ganz besonders ans Herz gelegt, dass sie sich nicht von irgendetwas aus dem Außen unter Druck setzen lassen, weil ihre oder eben mein Körper einfach nicht dafür gemacht ist, sondern mein Körper, mein System, mein Nervensystem ist dafür gemacht. Nicht Manjana Manjana unbedingt. Ich habe schon auch viel Feuer im Hintern, aber eben in meinem Tempo. Und mich dann deshalb nicht zu vergleichen oder fertig zu machen, nach links und rechts zu gucken, wer jetzt schneller ist, ob ich schneller als irgendwer anders bin und so weiter und so fort. Und das tut unglaublich gut und ich muss mich zwar täglich daran erinnern, aber das mache ich im Rahmen meiner Morgenroutine, dass ich mich an diese und noch viele andere Energien, die mir innewohnen, erinnere und somit immer mehr da auch hineinwachse. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ja, das Thema Resonanz. Ich wollte, glaube ich, diese Episode schon vor einem Jahr aufnehmen. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie schon sehr, sehr lange auf meiner Themenliste stand. Ich habe so eine lockere Themenliste, die ich nicht irgendwie von oben nach unten abarbeite, sondern vielmehr nach dem Prinzip, worauf habe ich denn jetzt gerade Bock oder was ist jetzt gerade präsent für mich? Und eben diese Episode zum Thema Resonanz steht da schon sehr lange drauf und jetzt gab es eben diese Woche ein Ereignis, was mich daran erinnert hat, dass das ein faszinierendes und wichtiges Thema ist oder ein Konzept ist, was mir total geholfen hat, das zu verstehen, um dann auch in meinen Beziehungen anders agieren zu können. Und deshalb möchte ich heute sowohl eben so ein bisschen die theoretische Seite als auch die praktische Seite mit dir teilen, was es braucht, um in Resonanz zu gehen, was das überhaupt bedeutet, mit jemandem in Resonanz zu gehen und warum das für uns Menschen so wichtig ist. Die Idee zu der Episode oder überhaupt über dieses Thema zu sprechen, sich da intensiver Gedanken drüber zu machen, die kam, wie gesagt, schon vor, glaube ich, ungefähr einem Jahr. Und zwar hat mir eine Freundin eine Podcast-Episode geschickt aus dem Hotel Matze Podcast. Das ist jetzt sonst nicht ein Podcast, den ich regelmäßig höre. Und es ging dort eben um das Thema Resonanz. Und da war im Interview zu Gast Hartmut Rosa, das ist ein Soziologe, ein Deutscher, der eben eine Resonanztheorie entwickelt hat. Und in dieser Resonanztheorie geht es eben darum, was es braucht, damit wir Menschen sozusagen ein gutes Leben leben können. Und ich werde versuchen, da gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, obwohl diese Theorie unglaublich kompliziert formuliert ist. Und ich bin keine Soziologin, aber erstmal vielleicht kurz dazu, weshalb ich mich jetzt dazu entschieden habe, die Episode dann endgültig aufzunehmen. Und wie ich eben schon gesagt habe, gab es diese Woche ein Ereignis, die mir das Thema wieder ins Gedächtnis geholt hat. Und zwar hatten wir diese Woche wieder unser Business-Frühstück. Ich habe eine Gruppe von Frauen, die alle selbstständig sind und die natürlich meistens alleine von zu Hause arbeiten, eh schon. Und jetzt in der Pandemie sowieso. Manche haben sonst auch in Coworking-Spaces gesessen. Und vor allen Dingen haben wir uns eben auch einmal im Monat, wenn es denn ging, vis-a-vis getroffen. Aber jetzt ist es natürlich seit sehr langer Zeit online. Und alle diese Frauen teilen in diesen Meetings, die wir eben einmal im Monat haben, das, was sie gerade beschäftigt. Manchmal sprechen wir auch noch irgendwelche Themen, also dass wir selber sagen, hey, wir machen irgendwie einen Workshop zu dem und dem Business-Thema. Und in der Vergangenheit war es so, dass es sich natürlich häufig klar um das Thema Business gedreht hat, um die Herausforderungen, die jede in ihrer Selbstständigkeit hat. Manche haben eigenes Business, also haben vielleicht auch Produkte, andere haben Dienstleistungsunternehmen, also ganz unterschiedliche Dinge auch. Und seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat sich das schon auch so ein bisschen verschoben, dass das auch eine Runde ist, wo wir sehr viel auch über unsere persönlichen Herausforderungen sprechen. Weil, und ich habe ja hier, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen auch eine Episode zu dem, was gerade bei mir so hinter den Kulissen passiert, aufgenommen, weil sich für uns Solo-Selbstständige, das sind die meisten eben aus dieser Runde, sich die private Person und die Person, die das Business führt, eben nicht trennen lässt. Und dementsprechend, weil wir eben so wie alle anderen Menschen auch mit den Herausforderungen dieser Zeit zu kämpfen haben, ist das eben auch ein Forum für uns geworden, wo wir eben nicht nur strategische Dinge über das Business besprechen oder Fragen zu irgendwelchen technischen Sachen klären oder so, sondern eben auch ein Forum, wo wir uns auf intensive Art und Weise miteinander verbinden. Trotzdem ist jedes Meeting sehr unterschiedlich. Manche haben irgendwie einen Schwerpunkt, den wir bewusst setzen. Meistens ist es aber so, dass der Schwerpunkt sich einfach ganz automatisch im Gespräch ergibt. Und es gab eben jetzt vergangene Woche in dem Meeting den Fall, dass eine Person, und zwar die Person, die als erstes geteilt hat, was gerade so bei ihr los ist, die hat, glaube ich, keinen halben Satz sprechen können und musste anfangen zu weinen. Und da hat sich der ganze Zauber dieser Gruppe entfaltet und gezeigt, dass diese Person unglaublich liebevoll von allen anderen aufgenommen worden ist, aufgefangen worden ist und ihr sehr viel Verständnis entgegengebracht wurde für ihre Situation. Ich werde jetzt hier nicht näher darauf eingehen, worum es ging. Das ist auch gar nicht der Kern der Sache, sondern was so spannend war. Wir haben tatsächlich dieses Mal uns sehr lange gemietet, ich glaube fast vier Stunden, aber es waren noch relativ viele dabei dieses Mal. Deshalb dauert es dann immer ein bisschen länger. Und diese Person war am Ende des Meetings völlig transformiert. Also das war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht innerhalb dieser vier Stunden oder auch schon innerhalb der ersten zwei Stunden. Und es ist natürlich nicht so, dass die Themen und die Herausforderungen, die diese Person beschäftigt haben, sich damit jetzt aufgelöst haben. Ja, dass die einfach dadurch, dass sie nur darüber gesprochen hat, sich in Luft aufgelöst haben. Aber dieses Zusammensein und diesen Raum, den die Person bekommen hat, um das loszuwerden, was sie gerade beschäftigt, hat eben dieser Person so unglaublich viel gegeben. Und eben nicht nur ihr, sondern uns allen anderen auch. Und dieser Vorfall sozusagen oder dieses wunderschöne Ereignis hat mich eben an das Thema Resonanz erinnert. Und hat uns allen in der Runde und mir ganz besonders, weil ich mich eben schon mit dem Thema auseinandergesetzt habe, auch nochmal bewusst gemacht, wie sehr uns eben genau das, diese Resonanz, die echte tiefe Verbindung im Moment fehlt. Weil wir haben, wenn wir uns denn einigermaßen an das halten, was so gesagt wird, einen relativ eingeschränkten Kreis an Sozialkontakten, je nachdem, wie man selber so gestrickt ist, auch überhaupt nicht live und sollen ansonsten halt immer draußen beim Spazieren gehen, wo man in der Öffentlichkeit ist, wo man vielleicht nicht unbedingt so leicht auch die Gefühle zulässt, die einen bewegen, wie wenn man es bei jemandem zu Hause tun würde, wenn man sich dort sehen würde. Und ich habe eben auch für mich selber gespürt, obwohl ich von mir sage, und das gilt auch für viele andere in dieser Runde, in dieser Frühstücksrunde, dass wir relativ gut mit der ganzen Situation klarkommen, gemessen daran, wie andere Leute sowohl beruflich als auch persönlich davon betroffen sind. Und ich muss gerade kurz überlegen, nein, es ist niemand dabei, der Kinder hat. Es sind alle noch kinderlos oder werden auch kinderlos bleiben. Und das ist natürlich schon mal ein Thema. Niemand von uns muss sich mit Homeschooling auseinandersetzen. Wir haben aber tatsächlich zum Beispiel jemanden dabei, der eigentlich aus dem Eventbereich kommt. Diese Person musste völlig neu denken. Das heißt, es ist nicht so, dass niemand dort auch berufliche Herausforderungen mit der Pandemie hat, sondern ich glaube einfach, dass wir eigentlich so, weil wir alle ganz gut eben schon vorher auf das Online-Pferd gesetzt haben, ein bisschen weniger tief vielleicht gefallen sind als andere. Und wenn ich es jetzt einfach auf mich persönlich beziehe, ich würde sagen, dass ich mit, ich finde das nicht geil so, ja, ich würde es auch gern anders haben, aber gemessen an dem, was gerade passiert, geht es mir wirklich sehr gut. Und ich habe eben auch in dieser Runde gespürt, dass ich manchmal auch ein bisschen vergesse, wie sehr mir diese Resonanz fehlt, wie sehr mir die Verbindung zu anderen Menschen fehlt und eben auch in Gruppen. Nicht immer nur mit einer Person und eben auch mit den immer gleichen Personen, auch wenn ich die Personen, die ich regelmäßig sehe, von Herzen liebe. Aber auch gerade so eine Gruppendynamik ist nochmal was ganz anderes, als wenn man zu zweit ist. Es ist überhaupt nicht wertend, ob das eine jetzt besser oder schlechter ist, aber ich mag einfach beides sehr, sehr gerne. Und ich bin ein Mensch, der wahnsinnig viel Zeit für sich alleine braucht. Ich mag es gerne, alleine von zu Hause zu arbeiten. Und wie gesagt, ich bin dankbar dafür, dass ich immer mehr mir erlaube, mein Leben in meinem eigenen Tempo zu leben. Und das kann ich natürlich am besten, wenn ich mit mir alleine bin, weil dann muss ich keine Kompromisse mit anderen machen. Und trotzdem spüre ich dann in dem Moment, wenn ich diese Verbindung habe, wenn diese Resonanz da ist, wie es jetzt eben in dieser Gruppe der Fall war, wie sehr mich das belebt, wie unterschiedlich ich hinterher mich verhalte, mich fühle, dass ich viel kommunikativer bin, dass ich einfach eine gewisse Leichtigkeit spüre, eine gewisse Freude am Leben. Es ist nicht, dass die Sachen sonst gar nicht da sind, aber es hat einfach eine ganz andere Qualität. Und ich glaube, am besten lässt sich das beschreiben mit dem Gegensatz, der sich in den beiden Worten im Englischen ausdrückt, surviving versus thriving. Surviving, überleben, und thriving könnte man übersetzen mit aufblühen. Und das, wie gesagt, fasst für mich am besten zusammen, wie sich für mich der Unterschied anfühlt. Ich komme klar alleine und oft bin ich auch gerne alleine. Nur dieser Austausch zu anderen Menschen, eins zu eins, alleine oder in der Gruppe, der ist es, der eben die Würze ins Leben bringt. Der Unterschied, der das Leben einfach wirklich lebenswert macht, weil wir Menschen sind soziale Wesen. Und um zu thriven, um aufzublühen, um eben diese Dinge wie Lebensfreude und Leichtigkeit zu spüren, brauchen wir diese Resonanz von anderen Menschen. Und lass uns diesen Begriff Resonanz mal genauer anschauen. Ich habe dir gesagt, ich werde dir auch so ein bisschen den technischen Hintergrund oder den theoretischen Hintergrund mitgeben. Keine Angst, ich bin ja weder Soziologin noch Physikerin noch Pädagogin oder sonst irgendwas in die Richtung. Insofern wird es nicht allzu technisch. Aber ich finde es total spannend, sich dieses Thema Resonanz mal auch auf einer theoretischen Ebene anzuschauen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden beziehungsweise habe mir überlegt, zu dem Thema die Podcast-Episode zu machen, weil vom Grundprinzip war mir das klar, nur mir war der Wert noch nicht so klar, sich wirklich auch intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Jedenfalls der Wert, den ich darin sehe. Und das kam eben durch ein Podcast-Interview, das ich gehört habe mit Hartmut Rosa, der wie gesagt Soziologe ist und die Resonanztheorie formuliert hat. Er hat ein unglaublich dickes und kompliziertes Buch darüber geschrieben, das ich auch nicht gelesen habe. Ich bin schon an der Wikipedia-Definition der Resonanztheorie größtenteils gescheitert, aber so ein paar Sachen konnte ich dann doch für mich rausziehen beziehungsweise eben auch aus dem Interview, was ich mit Hartmut Rosa vor ungefähr einem Jahr gehört habe. Ich werde das Interview natürlich auch mal in den Shownotes verlinken und den Wikipedia-Artikel auch für die, die es wirklich in der Tiefe interessiert. Aber das, was ich jetzt hier wiedergebe, ist natürlich unglaublich vereinfacht und auch nur ein Teil dieser Theorie. Wie gesagt, alles andere übersteigt dann auch meine Fähigkeiten, weil ich keine Soziologin bin. Und was ich aber für mich mitgenommen habe aus dem Interview und aus dem Teil der Definition, den ich verstehen konnte, ist, dass, und das ist so die Grundidee, weshalb auch Hartmut Rosa zu diesem Thema geforscht hat oder sich Gedanken gemacht hat, ist, was braucht es, damit wir Menschen ein gutes Leben führen können? Was bedeutet es, ein gutes Leben zu führen? Welche Bestandteile gehören dazu? Und was ist die wichtigste Essenz daraus sozusagen? Und dadurch ist er eben auf dieses Thema Resonanz gekommen. Und mit Resonanz meint er eine wechselseitige Anregung in erster Linie zwischen Menschen. Das kann auch zwischen einem Mensch und seinem Job zum Beispiel sein oder zwischen einem Mensch und einer Sache, einem Ding oder aber auch zwischen einem Mensch und einem Tier. Aber fokussieren wir uns erst mal auf die wechselseitige Anregung von Menschen. Und er hat die Grundidee dieser wechselseitigen Anregung eben unter dem Namen der Resonanz aus der Physik übernommen. Dass wir zum Beispiel Ton, dass du mich jetzt hier hören kannst, das funktioniert ja nur, weil meine Stimmbänder schwingen und diese Schwingung an ein Mikrofon übertragen. Das Mikrofon übersetzt das in etwas, was auf dem Computer gespeichert wird, das dann wiederum bei dir abgespielt wird und dein Ohr diese Schwingung von deinen Kopfhörern oder aus deinen Lautsprechern aufnimmt und dein Gehirn das wiederum dann in Sprache übersetzt. Ist ja völlig verrückt, wenn man sich das mal überlegt. Und dasselbe Prinzip gilt eben auch in der Resonanztheorie zwischen zwei Menschen. Das heißt, wir Menschen kommunizieren miteinander, verbal und natürlich auch nonverbal, durch Körpersprache, durch unsere Emotionen, durch unsere Ausstrahlung oder man könnte vielleicht auch Aura sein, sagen, also das fällt sozusagen um uns herum und dass wir das nicht nur brauchen, um uns, wir haben dieses grundsätzliche Bedürfnis von gesehen und gehört zu werden, was wir alle haben, dieses Bedürfnis zu erfüllen, sondern dass es diese Resonanz eben auch braucht, um sich selbst zu erfahren. Das kann natürlich eine ganz konkrete Resonanz sein. Du erzählst einem Freund, einer Freundin etwas und bekommst ein Feedback dafür. Aber vor allen Dingen, und das ist der viel, viel größere Teil, ist es eine Resonanz, die nicht greifbar ist, weil es eben nur Schwingungen sind, weil es nur Wellen sind, die die andere Person aussendet, sei es akustische Wellen, sei es eben die Elektrizität, die auch das Herz aussendet und soweit geht. Herr Atmut Rosa ja gar nicht, der ist weder Mediziner noch ist er spirituell, jedenfalls nicht sonderlich, habe ich das Gefühl, sondern bei ihm geht es schlichtweg um die Resonanz, die zwischen zwei Menschen entsteht, weil die sozusagen denselben Vibe haben. So kann man es auch sagen. Und die Resonanz passiert grundsätzlich immer. Immer, wenn du auf ein Lebewesen triffst, bleiben wir erstmal bei den Menschen, wenn du auf einen Menschen triffst, dann gibt es eine gewisse Resonanz. Die Frage ist halt, welche Qualität hat diese Resonanz? Wenn es ein unbekannter Mensch ist, an dem du nur auf der Straße vorbeiläufst, maximal schaut man sich vielleicht kurz an und schaut auch schnell wieder weg, weil wir uns in Deutschland ungern in die Augen schauen, wenn wir uns nicht kennen. Und ich praktiziere übrigens ganz bewusst das Gegenteil und noch viel intensiver seit der Pandemie. Das beobachte ich auch. Doch die Resonanz, die uns etwas gibt, die Resonanz, die wir Menschen brauchen, um uns gesehen zu fühlen, um uns gehört zu fühlen, um uns berührt zu fühlen, auf einer emotionalen Ebene, diese Resonanz entsteht eben nur, wenn beide Menschen sozusagen aufeinander passen, in Anführungsstrichen. Und das ist genau auch die Definition von Resonanz. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und was die andere Voraussetzung dafür ist, weil selbst wenn du jetzt mal von deiner besten Freundin, deinem besten Freund ausgehst, wenn ihr euch seht, dann gibt es auch Unterschiede in der Qualität der Begegnung. Ich kann das zum Beispiel auch, wenn ich diese Frühstücksgruppe nochmal nehme, es gibt einfach Meetings, die sind tiefer, die gehen tiefer, da ist mehr Verbindung zwischen uns da und dann gibt es Meetings, die sind eher an der Oberfläche, wo wir dann vielleicht eher über strategische Themen sprechen, die dieses Business betreffen. Und das zeigt eben, dass eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass wirklich eine echte Verbindung entstehen kann, eine echte Resonanz entstehen kann, ist, dass auch eine Offenheit dafür da ist, eine Empfänglichkeit dafür da ist, von beiden Seiten. Wenn eine Person, so wie es jetzt eben diese Woche passiert ist, den Schritt nach vorne wagt und ihre Emotionen offen zeigt und ihre Probleme, die sie gerade hat, die Herausforderungen, vor denen sie steht, offen teilt, dann braucht es wiederum die Bereitschaft von den anderen in der Gruppe, sich dafür zu öffnen, empfänglich dafür zu sein, sie nicht irgendwie, die ganze Geschichte irgendwie abzutun und sagen, hier weiter in der Tagesordnung. Und das ist Gott sei Dank nicht passiert. Wie gesagt, das ist eine wunderschöne Gruppe. Und so sind eben immer Sender und Empfänger von beiden Seiten müssen offen sein, A, sich zu öffnen, aber auch müssen offen sein, zu empfangen. Und dann entsteht die echte Verbindung. Und ich sage, im Coaching immer, es ist so, du musst die Tür zu deinem Herzen aufmachen, wenn du dir echte Verbindung zu anderen Menschen wünschst. Wenn du dir dieses tiefe Gefühl von Verbindung, das tiefe Gefühl von gesehen, gehört zu werden, gehalten zu werden wünschst, dann braucht es die Öffnung deines Herzens. Und Hartmut Rosa nennt das natürlich nicht so, der formuliert das ganz anders, viel komplizierter, aber so drückt es sich für mich aus. Und wenn du jetzt nochmal an die Schwingungswellen zurückdenkst, die akustischen oder die emotionalen Wellen, die zwischen uns Menschen passieren, wenn du dir das mal so vorstellst, wenn du vor einem Haus stehst und das Haus hat vielleicht Schallschutzfenster und du rufst jetzt jemanden, der in dem Haus drin ist. Die Person wird dich vermutlich nicht hören, vielleicht ist sie auch noch im anderen Zimmer, steht nicht am Fenster und wartet, dass du da draußen rufst. Dann werdet ihr keine Verbindung erfahren, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und wenn aber jetzt die Person das Fenster öffnet und du in das offene Fenster hineinrufen kannst, dann besteht zumindest die Chance einer Verbindung, weil die Schallwellen durch das offene Fenster zu anderen Personen kommen können und sie dich hören kann und dann im Endeffekt antworten kann, zumindest die Chance dazu hat. Und das eben nicht nur dir auf dieser akustischen Ebene vorzustellen, sondern dir das auch auf einer emotionalen Ebene vorzustellen. Und deshalb sage ich, öffne die Tür deines Herzens. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen abstrakt. Ja, wie mache ich das denn? Da ist doch keine Tür. Aber ich glaube, du weißt, wie sich der Unterschied anfühlt zwischen einem offenen und einem geschlossenen Herzen. Und wenn dir das schwerfällt, dann packe ich dir auch noch eine passende Episode in die Show Notes rein, in der ich über die Herzverbindung spreche. Und ich habe jetzt diesen einen Bestandteil der Theorie von Hartmut Rosa in meinen eigenen Worten ausgedrückt. Wie gesagt, er formuliert es komplett anders, aber die Idee dahinter ist die gleiche. Und das war auch der Punkt, wo ich das Interview damals gehört habe und gedacht habe so, ja, aber ist doch total logisch und total normal. So funktioniert doch Resonanz. Da braucht man dazu eine soziologische Theorie. Weil in meinem Verständnis und wenn ich mir die Welt der Spiritualität angucke und auch wie Spiritualität und die Quantenphysik ineinander greifen aus Sicht der Menschen, die eben an dieses Weltbild glauben, wo ich dazugehöre, dann ist das ein Fakt. Da braucht man keine soziologische Theorie für. Ja, Resonanz und Schwingung ist, also ich rede da ständig von. Und auch in der Spiritualitätsszene wird ganz, ganz viel über dieses Thema gesprochen, ob etwas mit dir resoniert, ob das bei dir auf Anklang findet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ob es dich zum Klingen bringt, ob es mit dir in Einklang ist. Ja, das sind alles Begriffe, die im Endeffekt mit diesem Phänomen der Resonanz zu tun haben. Denn im Verständnis der Quantenphysik und auch im Verständnis der Spiritualität und, nö, also beziehungsweise die Spiritualität hat sich eben der Quantenphysik sozusagen bedient, um Phänomene zu erklären, beziehungsweise die Quantenphysik hat da angefangen, Phänomene zu erklären, die Menschen mit einer gewissen spirituellen Richtung, nenne ich es jetzt mal, ja, schon immer gesagt haben, dass eben alles Energie ist. Alles. Also sowohl sichtbare als auch unsichtbare Dinge, sowohl das, was zwischen zwei Menschen passiert, als auch das Mikrofon an sich, was vor mir steht, ist auch nur Energie, nur eben eine sehr dichte Form der Energie, so, dass sie sich verfestigt hat. Und wenn man an dieses Grundprinzip glaubt, dass alles Energie ist, dann heißt es eben auch, dass was immer zwischen zwei Menschen passiert, sei es jetzt Dinge, die eben von außen sichtbar sind, wie Berührung oder sei es Dinge, die von auch Dritten hörbar sind, wie die Kommunikation oder sei es die Dinge, die überhaupt nicht zu sehen sind, wie eben eine sozusagen unsichtbare Verbindung auf einer emotionalen Ebene, dass, ja, mit dem Feld, von dem ich eben gesprochen habe oder der Aura oder wie auch immer man das nennen möchte, wenn zwei Menschen zusammenkommen, dass sich deren Auren sozusagen berühren. Und das klingt jetzt total, ja, wuhwuh, ja, aber du kennst das, wenn du in einen Raum reinkommst und in einem Raum, wo vielleicht gerade ein Meeting stattgefunden hat, dicke Luft ist, weil sich da vielleicht gerade zwei Personen gestritten haben, das nimmst du wahr und dafür muss niemand was sagen. Also, ich glaube jedenfalls, also ich nehme es auf jeden Fall, weil ich weiß, dass sehr viele Menschen solche Dinge wahrnehmen. Und wenn man eben an dieses Grundprinzip der Schwingung glaubt, dann ist alles das, was zwischen zwei Menschen passiert, immer eine Frage der Resonanz. Denn Resonanz heißt nichts anderes, als dass zwei Wellen aufeinander passen. Sei es jetzt eben zwei akustische Wellen, wodurch dann ein anderer Ton entsteht, ja, die Tonhöhe sich verändert. Oder im Meer zwei Wellen, die sich aufeinander legen, ja, wenn, das weiß man, wenn man surft, dann lernt man das in der Wellentheorie, dass, wenn eben zwei verschiedene Wellensets sozusagen kommen, wenn die sich übereinander lagern, dann kommt am Ende eine größere Welle bei raus, ja, zwei kleine Wellen machen eine große Welle. Und genauso ist es eben auch in der Resonanz auf einer emotionalen Ebene, dass wir uns dort, wir sagen auch, wir schwingen uns aufeinander ein, ja, es ist total in unserer Sprache drin, dieses Phänomen der Resonanz. Wir sagen auch, wir resonieren miteinander oder etwas resoniert mit mir und wir sagen auch, wir sind auf einer Wellenlänge, ja, und das ist die exakte Beschreibung von Resonanz. Wenn nämlich deine und meine Wellenlänge gleich sind, dann sind wir in Resonanz. Und das jetzt eben auf der theoretischen Ebene so beschrieben, ist das, was du erlebst, wenn du mit Menschen in echte Verbindung gehst. Wir sagen natürlich oft dieses, wir sind auf einer Wellenlänge, wenn wir gleich Interessen haben oder wenn wir vielleicht einen ähnlichen Hintergrund haben oder einen ähnlichen Job haben oder sowas. Aber im Endeffekt geht es immer darum, stimmt der Vibe zwischen uns, ja, und auch das, das Weiben, das nichts anderes als Wellen, als Schwingungen. Und wenn wir jetzt noch eine Ebene draufpacken sozusagen, dann ist aus der, aus der eher spirituellen, esoterischen Richtung eben auch das Gesetz der Anziehung, ja, das Law of Attraction, wenn es, was heute vor allen Dingen immer propagiert wird von, ja, du musst nur in der richtigen Frequenz sein und dann kommt das Geld dir zugeflogen und so weiter. Aber auch das basiert auf genau derselben Idee. Nämlich das Gleiches Gleiches anzieht und auch Gleiches einander verstärkt. Genauso wie die zwei Wellen im Meer, wo zwei kleine Wellen eine große Welle machen. Wenn du auf gewisse Art und Weise dein Leben lebst, wenn du mit Fröhlichkeit durch die Welt gehst, dann wirst du eher auf Resonanz von anderen fröhlichen Menschen treffen, ja, und diese dann auch mehr wahrnehmen, die mehr in dein Umfeld ziehen, weil eure Wellen sozusagen übereinander passen, ja, weil ihr die gleiche Frequenz habt, weil ihr beide in Fröhlichkeit unterwegs seid. Menschen, denen es scheiße geht, die miesepetrig sind, wenn du denen begegnest, denen wird deine Fröhlichkeit auf den Sack gehen. Ihr stoßt euch sozusagen ab, weil ihr auf unterschiedlichen Frequenzen unterwegs seid. Wenn du jetzt aber mies drauf bist, wenn du das Gefühl hast, das Leben ist gegen dich und alles ist Kacke, ja, dann wirst du genau die Menschen, die da mit dir in Resonanz gehen, die genau das Gleiche glauben und fühlen, anziehen. Und das ist das Gesetz der Anziehung und das gilt eben zwischen Menschen und es gilt eben auch zwischen dir und Situationen oder dir und Dingen. Und wenn, ich stelle mir das immer so vor, also man kann an das Law of Attraction glauben oder nicht, in gewissem, oder ich glaube dran, ich glaube aber nicht, dass es so funktioniert, wie viele Menschen das erklären. Du musst nur fest genug daran glauben und dann kommt das Geld angeflogen oder das Haus oder das Auto oder was auch immer du dir wünschst. Das ist das, womit eben Manifestationen erklärt wird. Und wie ich es mir vorstelle, ist, wenn ich eine Vision von meiner Zukunft habe, und die habe ich, dann braucht es eine gewisse Version von mir, um diese Vision auch leben zu können, weil es eine relativ große Vision ist. Wenn ich heute mich dahin beamen würde, in diese Situation oder in diese Vision, die ich vor Augen habe, dann würde es wahrscheinlich Elemente geben, von denen ich überfordert wäre. Und es geht dann darum, dass, um diese Vision zu kreieren, ich meine Frequenz anheben muss oder meine Frequenz ändern muss. Ich muss sozusagen auf einer anderen Wellenlänge unterwegs sein, um diese Vision verwirklichen und halten zu können. Und ich schweife aber gerade ein bisschen ab, merke ich. Aber vielleicht, ich versuche noch kurz, es zu einem sinnvollen Ende zu bringen. Denn für mich ist zum Beispiel Teil meiner Vision, dass mein Business deutlich größer und sowohl finanziell erfolgreicher als auch vom Einfluss, den ich in der Welt habe, erfolgreicher ist. Für mich gehören auch ganz, ganz viele andere Dinge zu meiner Erfolgsdefinition zu, aber das ist jetzt hier nicht Thema. Und ich weiß aber, dass mit den Dingen, die mich gerade beschäftigen, sei es auf gesundheitlicher Ebene, sei es auf den inneren Themen, die ich zu bearbeiten habe, sei es darauf bezogen, zum Beispiel irgendwann ein Team zu engagieren. Da warten noch so ein paar Stufen auf mich, von denen ich weiß, dass ich die noch gehen darf in meiner Frequenz. Da darf ich meine Frequenz Stück für Stück erhöhen, meine nicht Frequenz im Sinne von Arbeiten, sondern Frequenz eben im Sinne von meiner eigenen Energie, damit ich diese Zukunftsvision halten kann, damit ich da drin nicht kaputt gehe oder damit ich nicht in dieser Zukunftsversion eben mit diesen alten Themen konfrontiert werde, die ich dann, wenn ich mich jetzt dahin beamen würde, vorher nicht aufgeräumt hätte. Okay, das war jetzt ein kleiner Exkurs hier. Jedenfalls dieses Law of Attraction passiert auf dem gleichen Prinzip wie die Anziehung zwischen zwei Menschen, wie das, was wir damit beschreiben, wenn wir sagen, wir sind auf einer Wellenlänge. Und das bedeutet für mich, dass dieses Phänomen der Resonanz beides beschreibt. Einmal den Weg zu den passenden Menschen, mit denen du auf einer Wellenlänge bist, ja, also Gleiches zieht Gleiches an. Wenn du mit Menschen dich umgeben möchtest, die an gewisse Dinge glauben oder die die gleichen Interessen haben oder mit denen einfach die Wellenlänge stimmt, dann darfst du dich, falls du noch nicht da bist, erst einmal auf diese Wellenlänge begeben, auf der du diesen Menschen begegnen möchtest und auch erst begegnen kannst. Ja, das heißt, wenn du als Miesepeter durch die Welt läufst, dir aber wünscht, eigentlich fröhlich durch die Welt zu laufen und nur fröhliche Menschen, um dich zu haben, ist jetzt total vereinfacht, aber die fröhlichen Menschen, die werden auf dich keinen Bock haben, weil du ein Miesepeter bist. Und umgekehrt eben genauso. Und du darfst selber daran arbeiten, deine eigene Frequenz, wie gesagt, Fröhlichkeit versus Miesepeter ist ein super vereinfachtes, simples Beispiel. Wie kannst du selber fröhlicher werden, um dann auch mit anderen fröhlichen Menschen auf einer Wellenlänge zu sein? Also das heißt, Resonanz beschreibt einerseits das Phänomen, was angestrebt werden darf auf dem Weg, genau zu den passenden Menschen zu kommen, mit denen du in echte Verbindung kommen kannst. Es beschreibt aber dann eben auch genau das, was innerhalb dieser Beziehung passiert. Das, was in der Interaktion passiert, diese Resonanz, die dann das Gefühl von gesehen, gehört, gehalten werden, dir zu spüren gibt. Und ich hoffe, es war nicht zu kompliziert. Und für mich ist es eben unbestritten, ganz egal, was hat Modorosa, was Soziologie, was Quantenphysik, was Spiritualität sagen, für mich ganz persönlich ist es unbestritten, dass wir dieses Gefühl von Resonanz brauchen, wie die Luft zum Atmen. Weil es für mich und in meinem Verständnis eben für jeden Menschen unverzichtbar ist, dass die Seele sozusagen auch Resonanz bekommt. Ja, natürlich brauchen wir auch die Resonanz, wenn wir mal uns auskotzen und jemand da ist, uns zuhört, vielleicht einen gut gemeinten Ratschlag gibt oder so oder uns eine andere Perspektive aufzeigt. Auch das brauchen wir. Aber wir brauchen diese Schwingung zwischen Menschen. Wir brauchen das Zwischenmenschliche. Ja, diese Resonanz, die zwischen Menschen passiert. Und wir brauchen die einerseits eben, um uns besser erfahren zu können, um uns besser kennenlernen zu können, weil wir die anderen Menschen als Spiegel brauchen und andere Menschen uns als Spiegel brauchen. und wir können über das, was wir durch die Interaktion mit anderen Menschen erfahren, eben ganz, ganz viel über uns selber lernen. Ja, Stichwort Projektion zum Beispiel. Gibt es auch eine Podcast-Episode, packe ich mal in die Show Notes rein. Und auch die Unterschiede, die zwischen uns Menschen vorherrschen, sei es in dem, was wir glauben, sei es in dem, wie wir aufgewachsen sind, sei es in dem, wie wir uns verhalten, diese Unterschiede helfen uns natürlich, uns zu erkennen, weil wir merken, nicht alle denken und handeln und fühlen, so wie wir. Und wir können dann natürlich ganz andere, informiertere Entscheidungen darüber treffen, wer wir sein wollen, wie unser Leben aussehen soll. Und deshalb, wir brauchen die Resonanz, wir brauchen die echte Verbindung. Und das ist natürlich eben in den momentanen Zeiten, wie vorhin am Anfang schon gesagt, eine echte Herausforderung. Und deshalb möchte ich dir jetzt noch so ein paar Punkte mitgeben, die es braucht, um, ganz egal, ob es gerade eine Pandemie hat oder nicht, die es braucht, damit Resonanz tatsächlich entstehen kann, damit echte, tiefe Verbindung entstehen kann. Und erstens, wie das Online-Beispiel gezeigt hat, von der Gruppe, von der Mädels-Frühstücksgruppe, es geht auch online. Ja, es ist eine größere Herausforderung, diese Resonanz tatsächlich bewusst wahrzunehmen und zu spüren, wenn man sich nicht, ja, körperlich tatsächlich gegenübersteht. Weil schon ein Stück weit, gerade wenn man vielleicht das nicht so häufig macht und nicht so viel Erfahrung damit hat, sich auch in einem Online-Rahmen tief auf eine Verbindung einzulassen, dass dann vieles, was sonst eben nicht, also, oder was unausgesprochen ist, ja, von unsichtbaren Dingen, die zwischen Menschen passieren, in Beziehungen, dass davon so ein bisschen was verloren geht. Und dann kommen natürlich noch so Sachen dazu, dass online nicht mehr eine Zeitverzögerung drin ist oder dann die Verbindung nicht so geil ist und so. Natürlich ist das nicht ideal, aber ich sage, es ist möglich. Ich erlebe es jeden Tag oder fast jeden Tag, ja, auch im Coaching. Ich arbeite ja nur im Online-Coaching und trotzdem können wir uns, meine Kundinnen und ich, uns sehr gut aufeinander einlassen und einschwingen. Und das heißt natürlich, ja, da, wo es möglich ist, ist es wunderbar und ich nehme da auch jede Gelegenheit wahr, die ich mit meinem Gewissen vereinbaren kann, Menschen auch live zu treffen, draußen beim Spazierengehen oder so. Aber, wie gesagt, es geht theoretisch auch online. Die wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass diese Form von Verbindung entstehen kann, sind für mich a, den passenden Raum dafür zu schaffen, ganz egal, ob on- oder offline. Ja, das heißt, es funktioniert natürlich nicht, wenn man gleichzeitig am Handy hängt oder es funktioniert auch nicht, wenn man unter Zeitdruck ist. Das heißt, es muss schon ein bewusster Raum dafür geschaffen werden. Dann muss der Raum auch gehalten werden und da habe ich auch eine ganze Podcast-Episode zu, zum Thema Raum halten, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich eben zum Beispiel, erst mal einander nicht ins Wort zu fallen, sondern sich auf das Zuhören zu fokussieren, wenn eine andere Person spricht und auch vielleicht währenddessen nicht schon darüber nachzudenken, wie man darauf antworten kann, sondern wirklich präsent zu sein für diese Person, die gerade dort etwas mit dir teilt. gerade wenn es natürlich um emotionale Themen geht. Und es braucht auch eine gewisse Fähigkeit zur Selbstreflexion, dass das, was du antwortest der anderen Person, dass das eben nicht das ist, was eigentlich dein Thema ist. Das heißt, wenn eine Person, ich sauge mir jetzt mal ein Beispiel aus den Fingern, wenn eine Person sich jetzt zum Beispiel über die Beziehung zu ihrer Mutter auslassen würde und du dazu hörst und dann dazu etwas sagen möchtest, dass du darauf achtest, dass du nicht im Endeffekt über die Beziehung zwischen dir und deiner eigenen Mutter sprichst, sondern auf das eingehst, was die Person tatsächlich gesagt hat. Weil du kannst es nicht 100% nachvollziehen, wie diese Person sich fühlt in der Beziehung mit ihrer Mutter, weil du bist ja nicht die Person und du kennst auch die Mutter wahrscheinlich nicht, sondern es geht darum, wirklich auf das einzugehen, was die Person sagt und was diese Person beschäftigt. Und dafür braucht es so eine gewisse Fähigkeit, in Anführungsstrichen zurücktreten zu können, um nicht so den eigenen Kram damit reinzumischen. Auch das ganze Thema Projektion spielt da nochmal eine Rolle. Wie gesagt, werde ich auch die Episode in den Show Notes zu verlinken. Und auch nochmal als Wiederholung, das, glaube ich, aller, allerwichtigste, selbst wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was es bedeutet, einen Raum zu öffnen, einen Raum zu halten, das aller, allerwichtigste ist, dass du da bist und dass genau dieses Phänomen, dass du das zulässt, dein Herz zu öffnen. Dass du empfänglich bist für das, was die andere Person dir mitzuteilen hat. Und umgekehrt eben auch, dass du auch bereit bist, verletzlich zu sein, dich verletzlich zu zeigen. Denn nur, wenn wir auf die Ebene gehen, wie eben ganz am Anfang in dem Erlebnis geschilderte, dass, also Verletzlichkeit heißt nicht immer, dass jemand weinen muss. Aber wenn eine Person sich so verletzlich zeigt, dann muss das auf Gegenseitigkeit beruhen. Und einer muss halt den Anfang machen. Ja, eine oder einer. Weil, und das beschreibe ich eben im Coaching häufig mit dem Bild, stell dir vor, du wohnst in einem Haus und du hast in der Vergangenheit schlimme Dinge erlebt, ja, oder bist verletzt worden von anderen Menschen, bist verlassen worden oder so. Du hast auf jeden Fall etwas erlebt, was dich dazu bringt, eine große Mauer um dein Haus zu bauen. Und jetzt sitzt du da drinnen, so wie wenn du eine Mauer in deinem Herz baust, und deinem Nachbarn geht es ganz genau so. Und jetzt sitzt ihr beide hinter euren hohen Mauern. Kommt ihr irgendwie in Verbindung? Nein. Sondern eine Person, eine der Nachbarn muss den Schritt gehen und als Erster durch die Tür in seiner Mauer hinaustreten oder anfangen, seine Mauer abzubauen. Eine Person muss in einer Kommunikation, in einem Austausch, dort, wo wirklich echte Verbindung entstehen soll, muss den ersten Schritt machen und sich verletzlich zeigen. Und das, wie gesagt, heißt nicht immer, dass man jetzt da irgendwie Seelenstriptease machen muss oder anfangen muss zu weinen oder sonst irgendwas, sondern man muss einfach offen und ehrlich sein. Gerade wenn es, wenn dich Themen beschäftigen, die du anderen, gerne mit eigentlich mit anderen teilen möchtest, die aber vielleicht eine Herausforderung sind, zu teilen, dann ist es wichtig, dass du diesen Schritt natürlich immer in dem Rahmen, wenn du Vertrauen zu den Personen hast. Ja, das gilt jetzt nicht für irgendwelche wildfremden Menschen, aber ich habe so oft Menschen im Coaching, die sagen, mich kennt keiner. Keiner weiß, wie ich wirklich bin. Und ich sage so, ja, aber zeigst du dich denn wirklich? Zeigst du, wer du bist? Ja, mit all den Verletzungen der Vergangenheit, mit all den Stärken und mit all den Schwächen, mit allem, was zu dir dazugehört? Und die Antwort ist eben meistens nein. Es ist eine riesen Herausforderung, aber nur, wenn du beginnst, das Stück für Stück zu tun, dich selbst zu öffnen und dann eben auch offen für das zu sein, was andere Menschen mit dir teilen, nur dann kann echte, wirkliche, tiefe Verbindung entstehen, wo du das bekommst, wonach sich deine Seele sehnt. Und natürlich kann man sich auch mal auskotzen. Absolut, ja. Aber wie geht es dir wirklich und was steckt hinter dem, weshalb du dich auskotzt? Wenn du dich über deinen Chef beschwerst, geht es wirklich um deinen Chef oder worum geht es wirklich? Was steckt wirklich dahinter? Steckt zum Beispiel dahinter, dass du dich in deinem Job nicht gesehen fühlst. Du kannst dann den Fokus auf deinen Chef legen oder du kannst den Fokus auf das legen, was wirklich in dir passiert. Und auch das erfordert natürlich eine gewisse Reflexionsfähigkeit. Aber das ist vielleicht mal eine Frage, die du auch mitnehmen kannst, wenn es dir schwerfällt, in solche Verbindungen mit anderen Menschen zu gehen und wirklich eine Resonanz dort zu erzeugen. Wie geht es mir wirklich? Und auch, wir stellen so schnell immer diese Frage, wie geht es dir? Aber wollen wir wirklich eine ehrliche, offene Antwort hören? Und sich das mal zu fragen oder das auch zuzulassen beziehungsweise auch selbst mal das zu teilen, wenn man gefragt wird, wie geht es dir? Dann eben nicht zu sagen, wie so, ja, ja, muss, läuft oder so. Ja? Sondern, wie geht es dir wirklich? Und nur dann gibt es eben die Möglichkeit, dass sozusagen, ja, beide die Tür zum Herzen aufmachen und dann dieses echte Gefühl der Verbindung entstehen kann. Und wenn du niemanden hast, wo du sagst, so, hey, da traue ich mich das oder da weiß ich nicht, was da zurückkommt. Also erstens, wie gesagt, ja, es erfordert mit Sicherheit, wenn das neu für dich ist, einen gewissen Mut. Und vielleicht passiert es auch mal, dass du nicht, bei deinem Gegenüber nicht auf eine offene Herzenstüre sozusagen stößt. Aber meiner Erfahrung nach ist es eigentlich so, wenn du dich wirklich verletzlich zeigst, dann kommt das bei den anderen auch an. Aber, ja, falls du niemanden hast, gerade vielleicht auch jetzt in der Pandemiezeit, ich sehe links und rechts, zumindest eben in meiner Online-Blase, dass überall kostenfrei oder gegen geringen Unkostenbeitrag Workshops und Circles angeboten werden. Ja, das heißt, Runden, in denen man sich mit anderen Menschen austauschen kann, wo es eben dann vielleicht auch um ein gewisses Thema geht. Das heißt, du kannst auf jeden Fall mal, gerade auf Instagram, findet man da echt viel, schauen, dass, ob es da irgendwo Dinge gibt, die dich interessieren, was weiß ich, ein Frauenzirkel oder eine Neumond-Zeremonie. Ich bin natürlich eher in der Spiegel-Ecke unterwegs. Aber mit Sicherheit auch zu den Themen, zu denen, für die du dich interessiert, kannst du auf Instagram oder auch Facebook in den Veranstaltungen auf jeden Fall auch Online-Veranstaltungen finden, wo du dich mit anderen austauschen kannst und wo ihr eben auf einer Wellenlänge sein könnt oder kommen könnt und wo es eine Resonanz gibt und wo du natürlich dann auf diesem Wege auch neue Menschen kennenlernen kannst. Und eine super gute Quelle, das werde ich auch mal in den Show notes verlinken, dafür, wenn man denn das eben eher so in der spirituellen oder Ecke, beziehungsweise der Ecke der Persönlichkeitsentwicklung sucht, solche Orte zum Austausch, ist der Voloho Newsletter. Der ist zwar eigentlich ursprünglich dafür gedacht für lokale Angebote, das heißt, es gibt eine Version für Berlin, es gibt eine Version für Köln und so weiter und so fort. Und das ist kostenfrei und da bekommst du einmal in der Woche einen Newsletter mit Veranstaltungshinweisen und dadurch, dass aber eben niemand gerade Live-Veranstaltungen machen kann, kann man tatsächlich theoretisch alle diese Newsletter abonnieren oder alle, wo man Interesse dran hat und da bieten jede Menge Menschen Online-Veranstaltungen an. Manchmal for free, manchmal gegen Spende, manchmal gegen Bezahlung. Das ist aber auch alles dementsprechend sortiert, also das ist auch eine sehr, sehr gute Quelle dafür, werde ich auch in den Show notes verlinken. Und wenn du das Gefühl hast, dass du mit dir alleine, mit dem, was du in deinem Umfeld hast, mit neuen Kontakten, die du versuchst zu schließen, dass du damit nicht klarkommst, dass das vielleicht zu großer Stretch ist oder dass das dir nicht ausreicht, wenn du jemanden brauchst, der eben weiß, was es bedeutet, dir den Raum zu geben, dich auch zu öffnen und dass du dich trauen kannst, dich verletzlich zu zeigen, dann kann das natürlich auch in einem professionellen Rahmen passieren, sprich in Form einer Therapie oder eines Coachings. Denn diese Menschen, so wie ich, sind da drin ausgebildet, diesen Raum für dich zu öffnen und zu halten. Und da brauchst du auch keine Angst davor zu haben, dass du diesen Menschen sozusagen zu viel bist, was wir vielleicht im Freundeskreis manchmal haben, gerade wenn es um Emotionen geht. Und wenn es ganz akut ist, dann natürlich auch sowas wie Telefonseelsorge. Also das möchte ich einfach nur der Vollständigkeit halber hier erwähnen, dass wenn du gerade jetzt auch in Pandemiezeiten selber alleine nicht weiter weißt und merkst, dass diese Resonanz dir so extrem fehlt, dann kann das zumindest in Notsituationen vielleicht auch eine Anlaubstelle sein. Da werde ich auch noch mal ein paar Sachen in die Show Notes packen. Und ganz abseits von Resonanz zwischen Menschen gibt es eben auch Resonanz zum Beispiel zwischen Mensch und Tier. Alle Menschen, die ein geliebtes Haustier haben, die wissen das. Und genauso gibt es auch eine Resonanz zwischen Mensch und Natur. Das heißt, Bäume umarmen ist kein Witz, sondern das tut tatsächlich total gut. Falls du das noch nie gemacht hast, probiere es auf jeden Fall mal aus. Das heißt, auch rauszugehen, in die Natur zu gehen, ist für mich auch eine Form von Resonanz. Es ist wieder was anderes als die Resonanz zwischen Menschen, klar, aber es gibt mir was. Ich bin dann, oder ich schaffe es manchmal, auf einer Wellenlänge mit der Natur zu sein. Und dann entsteht für mich eben auch ein Gefühl von Gehaltensein, ein Gefühl von Einheit, von Resonanz eben und von tiefer Verbindung. Und damit hoffe ich, dass du dieses Thema Resonanz ein bisschen tiefer verstanden hast, dass du vielleicht ein paar Ideen mitgenommen hast, was du dafür tun kannst, um mehr Resonanz in deinem Leben zu erfahren, sei es mit Menschen oder auf anderen Wegen. Und ich hoffe, dass es nicht zu theoretisch war, aber ich finde solche Sachen ja einfach unglaublich faszinierend. Und ich denke mir immer, wenn du mir hier zuhörst und wenn du bei Minute 50 plus noch dabei bist, dann hat es dich auch interessiert. Dann danke ich dir von Herzen fürs Zuhören. Die Shownotes werden auf jeden Fall umfangreich. Da werde ich Episoden reinpacken und Anlaufstellen und so weiter und so fort. Und die Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 215. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs Das 1x1 der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben. Dort hast du auch die Möglichkeit, dir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch mit mir zu buchen, wenn du dir mit einem Coaching, Unterstützung für deinen Weg holen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf!